hallo weiter geht's mit einer folge tour de france 2024 16 etappen gefahren und es führte wennepoel vor roglitz schon etwas überraschend Pogaciano dritter nachdem er jetzt bei der tour so stark dominiert hat winkegaard nur vierter mehr als vier minuten zurück ja und dann die bisschen überraschend schon baut von art auf fünf und jürgensen auf sechs und die anderen dann schon mit großen abständen auch bill bravo almeda juso enric mass weit zurück so grünes trikot noch mal schnell anschauen mehr als 50 punkte vorsprung dürfte relativ sicher sein machen wir gleich mal weiter so jetzt kommen eigentlich nur noch schwere etappen also es wären noch zwei folgen und dann bin ich auch schon wieder durch oder vielleicht drei mal schauen und dann haben wir das ja auch geschafft ja wenn der pool favorit roglitz pogaciano ja ich muss an den werden vielleicht noch mal vor der nächsten tor wenn ich jetzt eine tonne spiele was anpassen ich werde dann auf jeden fall noch eine tor fahren mal gucken mit wem wurde ja auch vorgeschlagen mal schauen die form sieht okay wir sind keine schlechte form und da wäre ich die werte jetzt anhand der tour wie sie zwar anpassen damit ist natürlich Pogaciano ganz klar die nummer eins in winkegaard ist klar die nummer zwei am berg da muss halt schauen mit der wende pool hat man jetzt auch gesehen zum schluss im zeit fahren hatte dann auch nicht mehr so die kraft gehabt um also Pogaciano zu schlagen ja das war abzusehen dass er da doch so überragend ist naja das ist schon die dominanz ist schon wieder sehr heftig die erinnert schon so ein bisschen an andere zeiten die nicht so toll waren ich sag bloß an und lanza armstrong zeiten die dominanz schon also bei der diesjährigen zu zumindest sehr heftig und dann muss man auch bedenkt dass er schon den giro gefahren ist und ihn so stark dominiert hat da konnte man beim giro noch erklären ja das war keine konkurrenz aber bei der tor ist die konkurrenz schon eine andere also da muss man schon mal schauen ja weiß nicht da war ja auch mit dem kohlenmonoxid irgendwelche trainingsmethoden diese bisschen gefahren sind ich habe mich jetzt damit auch nicht wirklich näher befasst aber es gibt schon wieder einige da punkte die vielleicht da schon eher negativ sind ja aber wie gesagt es gilt immer die unschuldsvermutung erstmal aber das hat man auch bei lanza armstrong gesagt insofern ist selbst mit diesen aussagen sollte man eigentlich vorsichtig sein naja so wie wir sehen passiert nichts bisher groß also die ausreise können mal gucken wie viel 25 also auch nicht mit der sprint wertung teilnehmen das ist schon mal hervorragend interessant wäre nochmal der kategorie 1 berg für die bonus wertung ich bin jetzt schon soweit zurück ich muss jetzt echt gucken dass ich noch mal richtig guten tag am berger wünsche und da vielleicht echt noch mal richtig zeit gut machen könnte doch so gut machen kann dass wir noch mal eine variante ja naja jetzt ist die tor vorbei war ja jetzt nicht so extrem spannend leider dadurch dass pokatsche halt so überragend war und vielleicht durch die verletzungen von winkegaard er nicht in der 100 prozent top form war naja mal gucken wie die nächste tor wird aber erst mal noch die spanien rundfahrt und vorher noch die olympischen spiele bin ja auch noch mal gespannt ich weiß gar nicht wie der kurs sein wird paris eher ein flacher kurs wahrscheinlich keine ahnung überhaupt nicht mit beschäftigt aber ich glaube die radrennen sind schon ziemlich am anfang der olympischen spiele so weiter so die straßen radrennen so jetzt gehen die anstiege langsam los so jetzt geht es in den kategorie 1 anstieg aber die ausreise sind zu weit vorne müsste ich schon könnte es halt echt mal riskieren anzugreifen ich meine schon ja dann wieder wie sieht es aus es geht dann schon ein bisschen runter die verpflegung vergessen geben erst mal den alle die verpflegung dies benötigen das tempo ist schon ziemlich hoch also das jetzt anzugreifen lohnt sich eigentlich kaum auch wenn da müsste ich jetzt schon machen hat es und schuld klein manchen passen und auf dem platz holen lang sie wird turn of speed when finishing in a big group und der bericht ist und ja das schaffe ich nicht mal rechtzeitig zu den ausreisern davon zu kommen 1 36 berg ist ja nicht mal lang ein kilometer nur noch aber gut es geht mir vielleicht gar nicht mal um die punkte vielleicht kann ich mich ein bisschen absetzen wenn sie doch hinten kein tempo machen fährt er mir hier ein weg 1 38 die große gruppe jetzt muss ich mal kurz gucken geruhe ist unser fan art dann doch schon mal verpflegen und jürgen sind geschke ist sogar mit vorne hat sogar die bergwertung gewonnen so jetzt kann man ja noch ein bisschen regenerieren 144 jetzt sind wir schon wieder dran hier hat sie machen so ein tempo schon ist das tempo wieder draußen aber gut dann kann man jetzt sehr schön hier regenerieren und dann geht es gleich wieder den anstieg in den nächsten und dann schon zum ziel das ist ja nicht mehr weit so wenn es noch dabei dass er mal hochinteressante der ist ja mal interessant jürgensen wort von art hingeladen sehr gut so 3,8 kilometer jetzt geht der anstieg hier aber los rocklitsch diesmal geht aber mit rocklitsch mit rocklitsch mit jetzt wird ja richtig hoch gesprendet jetzt drücken wir vier kilometer es ist gar nicht so lang bis ins ziel jetzt muss ich erst wieder ran fahren wenn der pool wieder dran auch pokatsch 800 meter nur noch 600 meter rocklitsch brenntet und das könnten wir ein paar sekunden sein tatsächlich aber sekunden ich brauche minuten das ist leider zu wenig das ist leider zu wenig so wann ist der rest im ziel das dauert noch etwas jetzt jetzt in allem ziel also für die nebengeräusche die es hier da ja so gibt im raum möchte mich schon mal entschuldigen geht leider im moment nicht anders habe nur einen raum sozusagen zur verfügung um die videos zu machen aber bevor ich gar keine videos machen muss man halt erstmal ein bisschen damit leben aber ich hoffe es ist nicht allzu schlimm so christian rodriguez hat die etappe gewonnen vor geschke rocklitsch ja 1 21 und sogar nur 1 26 sehr gut also bisschen zeit auf jeden fall gut gemacht nur noch 358 naja gut das ist natürlich jetzt nicht wirklich nicht wirklich viel von art 14 39 15 29 punkte wertung von art war davon hat sich nichts getan so noch eine etappe könnte vielleicht ein sieg für von art bedeuten wenn vorher viel tempo gemacht wird oder also auch der favorit vor pogaccia und pitcock das wäre jetzt natürlich wirklich eine ideale etappe für das grüne trikot falls philipsen abgehängt wird dann wäre es natürlich interessant so so wiengegarde form ist wieder auf normal also weiterhin auf normal wenigstens keine schlechte so wiengegarde form ist ja so so wiengegarde form ist ja so wiengegarde form ist ja wiengegarde form ist ja so wiengegarde form ist ja wir müssen mal sehen ob sie die fahnen lassen jetzt sieht es gut aus 17 15 15 16 17 ja jetzt ist die ausreisergruppe auch vorne entstanden. So. Einige Berge. Ich bin jetzt echt am überlegen, wenn ich hier die vielen Bergwertungen sehe, doch nochmal eine Tour zu fahren und mal nicht auf Gesamtwertung zu gehen, sondern wirklich nur aufs Bergtrikot oder so. Aber ich tue mich halt immer schwer, sowas zu spielen. Ich möchte halt immer gerne auf Gesamtwertung fahren. Aber mal schauen. Oder noch so eine Kombination Bergwertung und Gesamtwertung wäre höchstens eine Variante. Mal schauen. Sonst würde ich schon mit Wanti spielen. Aber mal schauen. So, wie sieht's denn aus? Ausreise hat nur drei Minuten. Jetzt sind wir an der Sprintwertung, aber die ist egal. Jetzt geht's Kategorie 2 hoch. Jetzt müsste mal das Tempo ein bisschen erhöht werden. Jetzt wird's auch erhöht. So, jetzt sind wir drüber, dann haben wir noch den Kategorie 3 Anstieg, 110 Fahrer, aber da ist auch ein Philipsen dabei. Ich müsste jetzt schon die Kategorie 3 Anstieg theoretisch in ein richtig heftiges Tempo ansetzen. Jürgensen. Okay, wieder zurück. 72 Fahrer noch, aber ich denke, da ist auch Philipsen noch dabei. Die Spendung wird wohl auch bald zurückfallen. Jürgensen wird zwar auch schwierig werden. Dadurch, dass er da angeschlagen ist, wird's halt blöd. Flaserv, ja, irgendwie wird jetzt hier kein Tempo mehr gefahren. So, damit kommt die Ausreiser durch. Hm. Das könnte man ja gegebenenfalls Wo ist er denn hier? 5 Kilometer muss ein Storstinn von Aad. Tempo ist gerade raus. Sie könnte gut aussehen. Die Frage, ob ich jetzt mit Winkegaard nochmal angreife. Aber die werden reagieren. Die Frage, ob ich jetzt nicht mit der Fall war. Ich muss euch ja mal wiederholen. Weil ihr das gefährlich für die Aufmerksamkeit. Ihr müsst euch versuchen, zu behalten. Und zuhören. Okay, ich werde dich warten. Ach, sind sie ja wieder da. Das hat dann tatsächlich nichts gebracht. Ich habe es probiert. Ich muss es auf eine Art sprinten lassen. Völlig f... Das ist natürlich jetzt blöd fürs grüne Trikot, aber es sind 10 Fahrer, 11, 12, 13, 14. Ja, okay. Wären eh nicht viele Punkte gewesen. Insofern nicht so schlimm. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen gar nicht dran gedacht. Ich wollte mit Winkelgarten nochmal so 20, 30 Sekunden aufholen, was leider nicht ganz so geklappt hat. So war der Plan. Na ja. So, warten wir auf den Rest der Fahrer, die jetzt gleich alle im Ziel sein sollten und dann nochmal wieder eine Episode hinter uns gebracht. Hat sich natürlich jetzt nicht viel getan in der Gesamtwert. Ein paar Sekunden hatte ich aufgeholt. Grün ist trotzdem noch safe. Weiterhin. Ich glaube, es gibt jetzt keine Etappen mehr. Außer die Sprintwertungen. Das müsste jetzt eigentlich relativ sicher sein für... von Art. We were aiming for a stage win and we didn't even finish in the top 10. It's very disappointing. We retain the green jersey. At least that's something. Ja. 2,46. 2,46. 2,46. Ja. Das passt. Das heißt, hier bleibt alles beim alten und in den grünen auch. Ja. So sieht's aus. Weiterhin vierter, fünfter, sechster Platz für Fisma. Winkegaard 358 zurück. Sieht immer noch schwieriger aus. Aber jetzt kommen ja noch die 19. Die 20. Etappe. Sehr schwere Etappen. Und dann natürlich noch das Zeitfahren. Da kann man schon noch ein bisschen was rausholen. Wenn man da eine Topform hat und andere eine schlechte Form. Da kann schon noch ein bisschen was passieren. Aber gut. Schauen wir mal. Ja. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Gegebenenfalls dann gestern ja leider kein Livestream. Gegebenenfalls nochmal Livestream. Gleich sogar heute oder in den nächsten Tagen. Ich kann es nicht genau sagen. Es wird leider eher spontan werden. Aber ihr werdet es ja dann sehen über eine Benachrichtigung. Oder ja. Wie auch immer. Dann werden sie ja vielleicht mitbekommen, wenn ich dann live bin. Oder dann später das Video da zu sehen. Ja. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann.